servus leute moin neuer part mit den vier doofen beim lieben scribble mit dabei ist der liebe kunikon sich im letzten part nicht getraut hat den schengel beim namen zu nennen dann haben wir noch den lieben raymann nicht getraut hat und der letzte sieger der liebe flash mit wirklich ich muss sagen der besten zeichnung im letzten part nicht sagen wirklich der ist unser pikasso momentan meine hände in die leute ganz ganz kurz ganz kurzer tipp merkt euch jetzt schon den hintergrund hier hilft hilft ja alles klar das part erklärt jemand zeichnet was und ich darf jetzt hier und wir machen das hier mal ganz einfach und alle schreiben ist direkt rein kein ding kein ding ja aber ein normales ja das schon aber ich hatte noch zwei andere wörter ja was findest du da schon bin schon hinter treffen und da ist der italienische picasso ich sage jetzt mal so flash ein zweiter pfeil würden helfen okay welter nein ausdrucken ist weil ich würde mir diese zeit ich habe es auch mal auf anfang auf englisch geschrieben nach so hä da kriege ich jetzt auch punkte wenn ihr meines richtig schnell erwarten habt ja okay ja toll was sind das ach komm ich versuche ich versuche es einfach wie viele buchschneiden das denn ja mist zaga zaga ganz kurz spritzen ja jetzt welche farbe ist denn das keine ahnung ich nehme einfach mal die ich habe ich das vorliegen schrieben frauen turmsystem ja es schwierig 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 vielleicht hilft das hier noch kommen nice also ich gebe ein like mg die müsste natürlich da wir keine buchstaben schreiben leute ich habe es versucht ich habe es gut gefunden ich fand es richtig gut boah jetzt muss drei wörter das was ich glaube ich lass zu was ist dem entscheiden was für ein wort ich nehme alle drei das wollte ich auch gerade schreiben ja ich war auch gleich bei hürtenlaufen ja gut ich meine was hat euch dann auch ein bisschen glück äh come on wie kommst du als erstes auf den begriff ja keine ahnung ja keine ahnung bisschen glück das verschreitere zeichen warte mal flash ist schon richtig unterwegs aber er hat noch nicht das richtige wort erwischt ja und wie gesagt so äh pfeile und so können echt helfen ne bei dem nicht bei dem nicht vor allem hatte er fast einen dildo in der hand zuerst warte mal komm jetzt ähm reiss doch zusammen hier ich tippe schon mal wenn ich zweideutig denkt im leben hat oh jetzt schön geschrieben rayman schön geschrieben was guter man guter man guter man ähm hä füße türe äh ah ich hab's ah ok ok ich hab's flash kannst du euch noch an die geschichte damals erinnern was wir auf einem solchen ding festgestellt haben bei mir zuhause ach komm warum ein tisch ich hatte doch dieses poster von legolas oder dann haben wir festgestellt egal wo du im raum stehst der zieh ich immer auf dich und dann so ja eigentlich ist es ja klar du kannst ihn ja nicht von der seite sehen ja ach komm jetzt also ähm ja es sah schon aus wie ein zielfälle ich bin so ein glückskind na logisch ich hab ich bin jetzt wieder auf dem schlau was ist denn das ja wenn du die pizza teilen musst ja klar ach Gott ok ach Gott im nachhinein ist es dann immer klar ach du meine Fresse naja ok das wird auch das 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 bin ich jetzt mal gespannt ich beginne immer gleich das ist nicht im Stuhl aber dann mach ich das ja nein ah ah hey direkt ein like also wie gesagt oben seht ihr die anzahl buchstaben ne ja ich weiß ähm ähm nee Brotfisch ah ne ist eigentlich ist richtig gut gezeichnet richtig gut gezeichnet eigentlich ich hab ja zuerst gedacht und ich hab noch den Fugufisch ich hab mir zuerst gedacht ob ich noch den Sushi Master hinzeichnen soll aber ich weiß nicht wie man den Guni so richtig zeichnet oooh das war jetzt nett Achtung Leute Achtung Leute jetzt muss ich mal schnell kurz überlegen jetzt immer gut er gibt definitiv keinen Sieg mehr immer gut wenn er schon Achtung sagt immer gut ähm äh was 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 äh 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 ha soll es eigentlich gut sein es ist doch gut oder das ist okay ja ist nicht schlecht ist nicht schlecht kriegst ein Like von mir dankeschön dankeschön das hab ich schon den ganzen Park gesehen nach dem ich krieg's nicht auf die Reihe äh äh es muss äh ach ich ja ich will bemüht am Anfang auch nur das englische Wort einfallen auf deutsch finde ich's ja bist du nacht dran ganz nah ah Mist ah das ist ne Steckpause ja ich dachte auch in seinem Fernseher aber ja was ist am Fernseher das ist rund und hat drei Punkte ja entschuldige ja manchmal studiert man einfach viel zu weit ja klar ah klar ah ähm Kelle City hallo Ray und wieder hat der italienisch im Kasse zugeschlagen ah ich hab's danke für den Pfeil hat's schon zwei vielleicht helfen Pfeile ja Lustschale ey Mist ey was ist denn jetzt los komm ey ich kann nicht singen aber somewhere over the rainbow ach das soll ein Surfbrenn sein ja was denn sonst ja halloa ja komm wie soll ich das denn zeichnen wie soll ich das denn zeichnen hier okay ich versuch's ich versuch's jetzt muss ich wieder meine Hintern nach vorne oh Entschuldigung naja egal ich versuch's riech's like von mir riechen hier riech's dislike ist bisschen groß aber naja und jetzt wie geil wie ich vielleicht kannst du das gleiche einschreiben oh gott ist das schwierig ah ja moine mach's doch von der von der anderen Seite Junge mach's von der anderen Seite ich bin einfacher ja was soll ich da zeichnen von der anderen Seite ja was soll ich da zeichnen von der anderen Seite ich wollte schon sagen der Flash kann das natürlich nicht wissen oh der Apfel ist schwierig das war schwierig oh ja nice ja toll ok ne ich mach das ich mach das schwierigste finde ich am lustigsten also ja fördere uns ähm Moment das ist nicht Lemmings ne äh ähnlich äh Feierabend ne ja es ist doof gezeichnet ich hätte es anders machen sollen naja es ist ein Endort Moment wir suchen eigentlich das hier Pfeilsuchen das hier ja es ist es ist ein doofes Wort Swoosh ja genau es ist Swoosh ja genau es ist Swoosh ähm hm wie soll ich denn das noch ja es ist ein bisschen doof was wirklich come on come on du kriegst ein Like von mir dankeschön wir suchen aber eigentlich nicht das sondern eigentlich suchen wir das ganz unten am Grund abku aha oh moin ich hab mein bestes gegeben schön wie du noch die Person zeichnest die runterfällst schön schön aha ich brauche das die Pfeilchen auch ich brauche das schwiegste ich brauche das schwiegste ich brauche das schwiegste einfach mal ein bisschen ihr müsst euch nicht rausreden mein Apple iPhone war auch nicht gut der Gumi ist echt nicht so schlecht beim rauskriegen danke Rayman ich weiß ich kann nicht zeichnen ja ich auch nicht ja er hat Goonies Gesicht geschrieben ähh wappma 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 wer hat Goonies Gesicht geschrieben? Ah, ähm, nein, schade, ähm, hm, ach Gott, ja, nein, ähm, nee, das kannst du auch nicht sagen, das war schon too much, ja, ich kann es gar nicht anders machen, irgendwie, Ah, nicht Infekt, sondern, ah, komm, ganz einfach Wort, ja, Erkältung, wir studieren, wir sind Corona gezeichnet, wir studieren nicht so weit, ja, ich dachte Virus, hast du ein Virus, hast du ein Virus, bist krank, Erkältung, es war ganz gut, es war ganz gut, was mir zum Verhängnis geworden ist, das E als ein Buchstab bezählt, ja, okay, gut, stimmt, aber ist okay, ist okay, ist okay. Oh, da ist er wieder, Flaschus, Picassus, Ermitzakus, dies time, what? Hä? Verdammt gut gezeichnet, mein Freund. Klassisch, klassisch. Wenn Europa geschwemmt wird. Wenn Europa geschwemmt wird. Gut gezeichnet. Ich wollte noch Toto hinschreiben. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wie soll ich das denn zeichnen? Mit dem Stift. Äh. Ich gebe schon mal einen Like. Ich mache mir auch einen. Ich mache mir auch einen. Nein, Kiefer, kehrt drauf. Nein. Nein. Hä? Mist. Ähm. Die Sonne hat drei Beine. Die Sonne hat drei Beine. Das hat mir geholfen. Mann. Ich habe zuerst Winter geschrieben, da habe ich gedacht, wann bist du ein Idiot, aber war gut. Ach. Ähm. Ähm. Hm. Uh, ein enges Kopf an Kopf, ne? Aber ich fand Sünderlei super. Das macht eh. Sünderlei fand ich auch super. Ähm. Machen wir den hier? Trollface? Nicht Gunicon. Machen wir den hier? Ähm. So was hier? Ähm. Ähm. Ah. Mann. Ah. Falsche Farbe. Und ein bisschen zu dick. Äh. Ach. Scheiße. Ähm. Dann mache ich den hier. Nein. Vielleicht noch den hier. Hm. Das könnte jetzt vielleicht nicht so was hier sein. falsch rüberkommen. Merke ich gerade. Ah. Ah. Come on. Haha. Ich war so kurz, ich war so close, er hat mir hier geschrieben, ein Wort, ich bin mega nah dran. Wegen einem Buchstaben. Weiß es jemand noch nicht? Ich weiß es noch nicht. Haha. Ich bin wieder mal das allerletzte. Ähm. Was ist jetzt da passiert? Ähm. Keine Weine. Okay. Da haben wir noch eine zersägt. Oh. Er zeigte doch eine, die zersägt wird. Er zeigte noch, wie er zersägt, die zersägt wird. Oh. In der letzten. Im letzten Rang noch gekriegt. Letztes Mal erster, dieses Mal letzter. Nice. Magie. Das sah man doch. Das schlittet Magie aus dem Bild. Das sah man doch. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich liebe das Spiel. Ich finde das der absolute Wahnsinn. Ja. Ich finde es der absolute Wahnsinn. So einfach und doch so lustig. Das ist super. Ich finde es super. Ich warte noch bis ich das Wort spritzen habe. Haha. Ja. Mir gefällt es auch. Muss ich sagen. Kannst du ja noch ein custom word hinzufügen. Haha. Also Leute, ich danke euch. Hat wieder mega Spass gemacht. Und euch Leute da draußen, die uns immer supportet. Vielen, vielen Dank. Liked den Gundarf Lion. Mega Kanal. Mega lustiger Typ. Liked auch natürlich den Rayman. Eher nicht so lustiger Typ, aber auch mega. Und ganz wichtig. Der Flash. Er sucht immer noch die tausend Abonnenten auf seinem Kanal. Es gibt ihn. Wirklich. Ich bin nahe dran. Er ist top secret. Er ist top secret. Aber es gibt ihn. Ansonsten in der Videobeschreibung sind alle Kanäle verlinkt. Bitte schaut doch rein. Würde uns sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Möge Käse mit euch sein, Leute. Viel Käse essen, damit ihr gesund bleibt. Ne? Immer schön essen. Tschüssi. Tschüssi. Zu geil. Entschuldigung auf euch. compliqué dir pack' euch. Ärger, einander. -schutzigussia- uda vendor. In der horizonte. weed wenn ihr dich mötet dich kennengst. asleep το Ashley kann was hier. Das verkедиiger wird nach 와서 sie im baillise hier.